Ich glaube, dieses Video wird ja nicht sehr viele Aufrufe kriegen, weil, naja, keine Ahnung, kein cooles Thema, schätze ich. Aber egal, ein Thema, das mir sehr wichtig ist und am Herzen liegt für euch. Reden wir heute über sowas hier oder sowas hier. Reden wir schlichtweg über objektive Gefahren im Gebirge und Naturgefahren und über die Frage, ob diese sich in naher Zukunft verändern oder schlimmer werden und wie wir uns davor schützen können. Starten wir beim wohl berühmtesten Thema, dem Steinschlag. Steinschlag wird in den Alpen tatsächlich immer mehr. Das liegt an zwei unterschiedlichen Faktoren. Erster Faktor, die Gletscher schmelzen an allen Seiten ab und geben dabei Fels frei. Dieser Fels wurde 30.000 Jahre lang von einem oder mehreren Gletschern zusammengehalten und quasi eingesperrt. Jetzt liegt das Zeug aber erstmals frei und kann nun durch minimale Bewegungen oder Wetterereignisse ins Rutschen gebracht werden. Der zweite Faktor ist der Permafrost, der gefrorene, lehmartige Kleister, der die Berge, die nicht in den Gletschern baden, zusammenhält. Auch dieser taut auf, was zur Folge hat, dass die losen Felsblöcke nicht mehr zusammenkleben. Unterm Strich fliegt das Zeug früher oder später also ins Tal, schlägt dort auf, wird kleiner, fliegt weiter und so weiter und so fort. Diese Art Steinschlag, Felssturz und teilweise sogar Bergsturz wird also immer mehr und das sehen wir in den Alpen auch sehr genau. Wie können wir Bergsteiger uns effektiv davor schützen? Vor großen Hangbewegungen können wir uns faktisch gar nicht schützen. Es ist ein steigendes Restrisiko in allen Gebirgen dieser Welt. Jedoch können wir das Risiko minimieren, indem wir Bereiche, die Steinschlag oder Felsstürze wahrscheinlicher machen, vermeiden. Wie sehe ich sowas? Das ist manchmal einfacher und manchmal schwieriger. Schauen wir uns das Ganze an ein paar praktischen Beispielen an und fangen wir bei einem Gletscher an, der mit ungefähr 30, 35 bis 40 Grad Neigung hier hochzieht und dann sehen wir hier an der rechten Seite eine Scharte, beziehungsweise einen Grad, einen Kamm und wir sehen hier als ganz deutliches Erkennungsmerkmal für den Steinschlag, der hier regelmäßig stattfindet, die kompletten Steine, die hier rumliegen. Es ist also nicht weit hergeholt, zu vermuten, dass hier aus der kompletten Flanke an der im oberen Teil immer wieder einzelne Brocken abstützen, teilweise auch größere unten am Gletscher aufschlagen und dann zerspringen und weiter nach unten rutschen. Das kann natürlich auch Transport sein, also Transportmaterial von Lawinen beispielsweise, aber das kann man im Nachhinein nicht so gut beurteilen. Deswegen würde ich dem Ganzen im Zweifelsfall immer eher den Stempel Steinschlag aufdrücken, vor allen Dingen, weil man nicht perfekt erkennt, aber relativ gut, dass es an den äußeren Rändern des Gletschers, beziehungsweise in die Mitte hinein, deutlich weniger wird und vermehrt hier zum Rand hin. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in dieser Scharte auf diesem Grad eine sehr hohe Aktivität, was den Schutt betrifft und auch den Schuttabgang betrifft, stattfindet. Für das Beispiel Eis habe ich auch ein Beispiel hier offen. Das hier ist ein ganz klassischer, sehr frischer Ausbruch von einem wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt herabhängenden Gletscher, beziehungsweise einem Gletscherbruch, den man ganz deutlich sehen kann. Man sieht aber ganz klar, dass vor allen Dingen die hohen Temperaturen im Hochgebirge dazu führen, dass solche Ereignisse häufiger auftreten. Das ist ganz leicht erklärt. Wir haben eigentlich hier eine durchschnittliche Temperatur irgendwo bei minus Schießmichtodgrad und wenn wir jetzt plötzlich so Hitzeperioden haben, heiße Tage, wo wir auf 4000, 4200 Metern Höhe plötzlich 10 Grad haben, dann setzen sich hier Eismassen in Bewegung. Es fängt ein Tauprozess an und man sieht vor allen Dingen in diesen Spalten recht deutlich, dass dieser Tauprozess dann dazu führt, dass einzelne dieser Türme, die da herumstehen, dann leichter kollabieren, einstürzen und dann dementsprechend so einen großflächigen Eisschlag produzieren. Wo viele Steine in Schuttrinnen liegen, da brauche ich keinen Geologen, um zu verstehen, dass hier offenbar schon mal viel Bewegung stattgefunden hat. Solche Rinnen sehen wir hier zum Beispiel oder hier. Solche Halden kann man in der Regel ohnehin nicht gut aufsteigen, sodass die Wege meist als Querungen angelegt werden. Bei der Querung gilt immer, man geht zügig, macht keine Pausen und steigt vorsichtig, um keine Hangbewegungen zu erzeugen. In diesen Bereichen haben wir das Ausmaß von Steinschlag nicht ansatzweise unter Kontrolle und sind auch mit Helm und Co. jedenfalls in Lebensgefahr, wenn es zu größeren Schuttbewegungen kommen würde. Hier sehen wir nochmal ein anderes Beispiel, wo sich das deutlich besser zeigt. Was man deutlich erkennen kann, ist diese wahnsinnige Schuttbedeckung. Dieser Schutt muss ja irgendwo herkommen. Hier haben wir eine relativ steile, bis zu 60, 70 Grad steile Wand, teilweise auch hier dann schon senkrechte Felswände. Und man kann deutlich erkennen, dass hier unten im unteren Bereich Schutt ist. Das heißt, wenn ich diesen Weg hier hoch muss, dann führt letztlich nichts daran vorbei, dass ich an diesen Schuttfeldern vorbei muss, die wahrscheinlich von hier oben irgendwo abgefallen sind, beziehungsweise größere Brocken, die sich dann zerkleinert haben. Es ist nicht vorherzusagen, nicht mal schwierig, sondern es ist vollkommen unmöglich vorherzusagen, wann hier wieder Aktivität passieren wird, wann hier wieder Steinschlag vorkommen wird. Und das führt dazu, dass solche Durchgänge, Querungen, Hochsteigen, sonst was einfach wahnsinnig gefährlich und riskant werden. Und im hochalpinen Gelände ist es nochmal deutlich schwieriger vorherzusagen. Hängt eben auch mit Temperatur, Uhrzeit und Co. zusammen. Wenn man sich das Ganze im Karwendel beispielsweise anschaut, ist das natürlich eine ganz andere Sache, denn da sehen wir Naturgefahren, objektive Naturgefahren, wie eben den Steinschlag, der aber regelmäßig vorkommt, großteils eigentlich Menschen- oder Tiergemacht ist, also ausgelöst wird aktiv, weil hier nicht mehr so viel Bewegung stattfindet. Ausnahme ist natürlich der Frühsommer bei der Schneeschmelze, beziehungsweise dann der Spätherbst-Winter mit der Frostsprengung. Ein sehr beliebtes Argument, ganz allgemein und ganz pauschal, ist aber, naja, Steinschlag findet halt einmal statt und dann passiert wieder drei Monate nichts mehr und dann passiert wieder vielleicht irgendwas. Und das ist grundsätzlich richtig, hat aber leider auch einen etwas ignoranten Kern, denn wir wissen es ja nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Steinschlag passiert, hängt nicht davon ab, erstens mal, wann der letzte Steinschlag stattgefunden hat. Der zweite relevante Punkt ist, es macht auch gar keinen Unterschied für unsere aktuelle Situation, denn Wahrscheinlichkeit für Steinschlag ist ja immer gleich groß oder niedrig, beziehungsweise wir können es ja nicht wissen, wir sehen ja in den Berg, in die Geologie selbst, der nicht hinein. Das heißt, wir sollten grundsätzlich steinschlaggefährdende Hänge, Flanken und so weiter durchaus die ganze Zeit so behandeln, als könnte jederzeit etwas passieren. Und wenn ich mit diesem Gedanken ins Gebirge gehe, dann bin ich deutlich vorsichtiger, werde deutlich aufmerksamer und treffe deutlich aufmerksamer auch die Entscheidungen, die dann dazu führen, dass ich vielleicht umkehre, etwas schneller bin, mich beeile oder vielleicht gewisse Gefahrenbereiche auch großräumig umgehe, wie das zum Beispiel auf Gletschern ja durchaus oft das möglich ist. Aber auch im vermeintlich festen Blockgelände wie Granit, Gneiss oder Schiefer gibt es Steinschlag und auch Felsstürze und die können wir teilweise sogar selbst recht leicht auslösen. Ein Beispiel haben wir hier. Das hier ist ein Nordgrat in den Ölztaler Alpen. Dieser Grat lässt sich durchaus klettern, ist aber stellenweise ein Tanz auf Eierschalen. Schauen wir uns mal diesen Felsblock hier an. Der Block steht zwar groß raus, balanciert aber auf wenigen Zacken einer nach unten geschichteten Felsplatte darunter. Ein Schubs würde also reichen, um den 400-500 schweren Felsblock ins Tal zu befördern. Doch damit ist die Gefahr natürlich nicht gebannt. Sonst würde man das ja auf beliebten Graten öfter mal zur Wegbereinigung machen. Die Grate im Hochgebirge sind als Ganzes sehr labil geschichtet. Das Gewicht eines Menschen tragen sie natürlich in vielen Fällen problemlos. Doch sobald Bewegungen und Aufprallenergie von großen Felsblöcken ins Spiel kommt, können ganze Flanken in sich zusammenstürzen. Ein loser Felsblock in großem Ausmaß ist also kein für sich stehendes Problem, sondern im Zweifelsfall für einen beachtlichen Teil der Bergflanke und damit auch für einen selber. Der vorsichtige Umgang mit losem Blockmaterial im Hochgebirge wird durch den schwindenden Permafrost also auch immer wichtiger. Je mehr Felsgelände eigentlich nicht mehr fest zusammenhält, sondern nur noch so locker herumliegt, umso größer sind die Auswirkungen auf den Berg und natürlich auch die Bergsteiger, wenn Bewegung ins Spiel kommt. Neben dem Steinschlag gibt es Extremwetterereignisse, die in Zukunft mehr werden. Dazu zählt der Hagel, der starke Regen, extreme Stürme und vieles mehr. Im Wallis beobachtet man diesen Sommer relativ gut, wie extrem die Auswirkungen eigentlich sein können. In der Rolle des Bergsteigers sind solche Ereignisse jedoch nur in einem Punkt wirklich relevant. Sie treten gehäuft in extremen Hitzeperioden als Ausgleich auf. Die extremen Heißphasen im Gebirge bringen nachts dann oft die Entladung der verdunsteten Wassermassen mit sich und damit häufen sich diese Perioden und auch die Effekte des Extremwetters. Muren, Felsstürze und Eisabbrüche etc. Die Heißphasen sind für viele gerade im Hochgebirge schöne Tage, um ohne Frieren auf 4000er zu gehen. Doch gerade an solchen Tagen darf man es sich oftmals nicht erlauben, zu lange unterwegs zu sein und sollte das Wetter deshalb auch immer im Blick haben. Auch diese Problematik wird in den letzten Jahren und auch in den kommenden Jahren deutlich größer. Hier haben wir nochmal ein Beispiel für die Kombination aus Steinschlag und vielleicht auch Eisschlag. Je nachdem wann man hier unterwegs ist, ist es eher ein Steinschlagproblem. Das hier ist von der Seite Richtung Kütnitzkäs fotografiert. Das hier ist der Aufbau Richtung Großglockner. Man sieht hier ganz deutlich, wir haben hier eine Eisplatte, die wirkt eigentlich relativ sauber, aber sie ist halt das perfekte Transportmittel für Schutt, der aus dem oberen Bereich kommt. Und dieser Schutt wird dann hier ziemlich heftig beschleunigt auf der steilen Flanke und gerät dann unten im unteren Teil, wo die Spur verläuft, eigentlich zu wirklichen Geschossen, die wirklich gefährlich für die Bergsteiger werden. Auch hier grundsätzlich ist es pauschal einfacher, dem Ganzen zu entgehen, wenn man an kalten Tagen oder eben sehr, sehr früh morgens unterwegs ist. Doch oftmals lässt es sich gar nicht vermeiden, dass man an einem Tag dann vielleicht etwas später wieder hier durch muss. Beispielsweise im Abstieg, wenn noch die Tour relativ lang danach dauert, dann hilft es ja nichts, dann muss man im Zweifelsfall wieder durch. Und da sind diese objektiven Gefahren eigentlich fast nicht zu vermeiden, außer man entscheidet sich halt dazu, dass man diesen Berg gar nicht mehr begeht. Aber grundsätzlich sind das objektive Gefahren, die es zu berücksichtigen gilt und die man nicht ignorieren darf. Zuletzt sehen wir hier noch ein Beispiel, wie man ganz gut erkennen kann, dass man sich in einer Zone befindet, die vermutlich von Steinschlag betroffen ist. Wir sehen hier ganz klar die ganzen Felsbrocken, die noch sehr lose herumliegen. Die sind nicht fest eingearbeitet, die sind noch nicht so richtig in den Untergrund gefestigt. Das heißt, das ist erst vor kurzem passiert. Das hier ist im September aufgenommen, eine etwas späte Aufnahme, weil hier jetzt schon ein bisschen Schnee liegt. Aber man erkennt trotzdem noch ganz gut, dass das hier frischer Steinschlag ist. Heißt, dieser Steinschlag muss wohl von rechts kommen, weil im Laufe des Gletschers sehen wir immer weniger Steine, immer kleinere bis gar keine mehr. Das heißt, irgendwo hier rechts ist dann die Flanke hoch und da sieht man auch, dass scheinbar Steinschlagaktivität stattfindet. Und das ist natürlich gefährlich. So gesehen sollte man sich hier nicht zu lange aufhalten. Schnell mal anseilen und ab auf den Gletscher. Überall wo solche oder auch die, wie das Bild davor gezeigt hat, mit dem Blankeis beispielsweise, überall wo solche Szenarien super leicht zu erkennen sind, kann ich auch die Schlüsse ziehen, sicherer unterwegs zu sein, indem ich etwas schneller bin, nicht so viel Zeit dort verbringe und keine unnötigen Pausen dort beispielsweise mache. Zuletzt haben wir ja immerhin schon September. Und in wenigen Wochen fallen die ersten Schneeflocken im Hochgebirge. Damit kommt dann auch wirklich langsam der Winter. Eine Sache wird aber in den nächsten Jahren und jetzt die nächsten Wochen durchaus relevanter. Neu Schnee mit Heißphasen im Wechsel. Die kommenden Tage wird selbst im Mittelgebirge der erste Schnee fallen. Und auf Gletschern heißt das, dass die Spalten wieder langsam zuwachsen werden. Folgen dann warme Tage, dann tauen die Brücken und Schneefelder wieder an. Mehrere Wochen im Wechsel kann das zu sehr gefährlichen dünnen Schneebrücken führen, die das Gewicht einer Person nicht tragen können, aber das Bremsen eines Spaltensturzes ebenfalls fast unmöglich machen. Daher ist gerade in dieser Übergangszeit große Vorsicht auf Gletschern geboten, die man nicht kennt oder die sehr spaltendurchsetzte Routen haben. Vor allen Dingen, wenn diese in den vergangenen Wochen bereits blank waren. Diese sehr wechselhaften Übergangsphasen in den Winter werden in den nächsten Jahren vor allem bei im Sommer blanken Gletschern zu zusätzlichen Gefahren führen, weil hier oft die Frage nach dem Seil gar nicht eindeutig beantwortet werden kann und die Restrisiken trotzdem ständig steigen. Ich möchte abschließend euch gern zu einer Diskussion in den Kommentaren einladen, was die Gefahren im Gebirge betrifft und wie ihr sie wahrnehmt, dass sich diese auf Bergsteiger wirklich auswirken. Schreibt mir dazu gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch mit euren Erlebnissen. Bis zum nächsten Mal, schon wieder am Mittwoch wünsche ich euch jetzt wie immer noch eine wunderschöne Zeit und Berghall! Bis zum nächsten Mal, schon wieder am Mittwoch wünsche ich euch jetzt wie immer noch eine Wunderschöne Zeit 1 und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.